macht er mich gerade an oder was? Okay, tschau. Warum ist Murthy denn mit dir rennen, wenn ich da... Ich bin überhaupt nicht mit dir. Ich renne hier rum, Verrücker. Nee, nee, wenn ich beim Clan bin und dann auf Dingens. Weil ich da wie stichst du bin? Mit deinem Globus-Kopf. Was für Globus-Kopf? Weiß ich nicht. Boxten oder was? Clan-Schaufenster. Gut, ich mein, ich hab jetzt draufgeklickt auf... den Schlüssel herstellen, aber wahrscheinlich muss man da erst mal zurückgehen. Ich musste erst mal zwei Stunden warten oder so. Irgendwann später. Dojo Architekt. Holy shit, man muss es halt wirklich selber bauen. Ein Wassergarten mit Holzpfad und dichter Vegetation. Jetzt einen Aufzug bauen. Ein Aufzug, damit Xendo der faule Sack nicht laufen muss. Okay, ist auch interessant. Also... Ah, okay, wir brauchen 650 davon. Jetzt. So, ich pack mal hier. Jetzt war auch noch Bebergungsgut rein. Vielen Dank für deinen Beitrag, boah. 6%! Ah, nice, okay, jetzt wurde gebaut. Dau doch nur 12 Stunden wieder. Und jetzt könnte man noch 7 Platinen reinlegen, dass er fertig wird. Also war gar nicht so falsch, aber lass mal warten. Ich hab noch 20. Ich hab auch nicht mehr so viel mittlerweile. Ich hab keine Ahnung, was ich hab. Was für ein Scheiß. Nächster Rang ist Weißer. Murphy ist jetzt ein Weißer. Alter, ich bin vielleicht ein Weißer. Ein extra weißer Typ. White Guy. Spionage. Ich weiß, was es ist. I don't know. Das war Spionage testen. Oh, ich stutz ab. Rufen auf, zu. Oh, no shit. Oh, really? Luxellos Schultz. Wir haben nicht wirklich gekriegt. Wir haben auch zurückgeholt. 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 Eiskalt, Mann. Ich schieß dir gar nicht ein Pfeil im Kopf. Du würdest mich nicht mal treffen mit deinen Pfeilen. Weil du nicht weißt, was Schwerkraft ist. Also diese Shockwave Typen. Wow. Ein bisschen ätzend. Japp. Jetzt kann die Drohne ausschauen. Okay, immer noch die Kraft. Den Kater zu mal verklopfen gehen. Dann machen die ihre so eine Shockwave. Ich muss ja ganz ehrlich sagen. Ich bin gerade schon wieder etwas überfordert mit der Steuerung. Wenn man das nach langer Zeit das erste Mal wieder spielt. Ja, das glaube ich dir. Guck mal, Richtung C unterwegs. Ah, toll. Jetzt fährt er schon wieder oben. Shit. Ich dachte, du kannst runter springen vielleicht. Wow. What the fuck? Was war das denn hier? Kamera. Keine Bilder. Keine Bilder. Keine Bilder. Keine Bilder. Oh mein Gott. Brauchst vieles überall. Komm ich da jetzt runter. Oh, nur irgendwelche shiny Dinger als einer, die hier rumliegen. Die Verb. Ah. Da gibt's was. Ah, hier. Oh, hier. Heiß. Ich stehe wieder neben. Aber es ist mal den beiden Noobs da helfen. Komm, 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 komm. Dann ist das scheiß Ding dran. Oh, C werden vielleicht Daten gelischt, ne? 20 Sekunden, die ich hier jetzt reingekommen. Hey, einfach reinglitschen. Ja. Machst du das grad schon? Ja, ja. Ich bin da grad irgendwie reingepackt. Sehr gut. Wunderbar. Ich bin einfach in den Laser reingeslidet in der Hoffnung, dass ich dahinter rauskomme. Das hat funktioniert. Ich bin halt irgendwie rings. Ich bin gegen den Laser irgendwie gefetzt, dann lag ich auf dem Boden und war dahinter. Alter. Alter. Alter, komm, komm jetzt. Alter, komm, komm jetzt. Alter, komm, komm jetzt. Ich hab ihn gerufen. Ich hab ihn gerufen. Über den Aufzug meint das. Das ist ja nur meinte mich. Ach so. Oh, what? Das ist ja ein tödliches Loch, man. Ich wechsle mit dem nicht tödlichen Loch. Ja, über. Es gibt Löcher, die sind nicht so ganz tödlich. Die wollen besprungen werden. Dieses Loch nicht. Extra sound. Ach. Hier ist gar nichts mehr. Ab und zu check ich das Spiel nicht, ne? Oh ja. Du hast gefunden, was wir gebraucht haben auf jeden Fall. Ihr habt den Weg rein da nicht mal gefunden. Oh, ihr Gott. Das ist so ne Luke irgendwie. Ich hab auch währenddessen den ganzen Scheiß deaktiviert, während du da rumgehüpft wirst. Kann du mal irgendwie noch schneller laufen? Steuerung, Leertasse und dann einfach nochmal Shift für die Rolle. Also, wenn, wenn, außer du hast Ausweichen auf eine andere Taste. Wir werden jetzt. Eigentlich nicht, aber das macht aber immer nicht. Wir machen einfach gar nichts, wenn ich das mache. Okay. Also läuft halt weiter. Auch seltsam. Lassen wir unsere Ehre auf Venus retten gehen. Ah. Im Raum der Ehre oder was? Äh. Das ist die Halle der Ehre. Ach, Entschuldigung. Entschuldigung, das ist eine Halle. Das ist ein Ding mit vier Türen. Das ist eigentlich mein Flur der Ehre. Das ist ein wirkliches Ding. Das ist, das ist die Lobby der Ehre oder was? Ich bin angebrochen. Iiii. Das ist ein Fisch. Das ist ein Fisch, du lach. Wo? Das ist halt auch ne Aussage. Maveri Israel. Ja, übel. Er ist, er ist, er ist, er hat nicht Unrecht. Dacht man halt auch nicht alle Tage. Das ist es auch, oder wahr? Kriegt jemand an das andere Ding rüber? Ja. Warte. Ja. Das ist das andere. Beziehungsweise, wo ist die, wo ist die Trennwand? Das ist ja schon so weit vorne. Holy shit. Muss ich mir ein bisschen Gas geben hier. Wir werden noch durch, durchrennen. Das ist ja ultra geil Speedrun eigentlich so. Ich kann sagen. Das ist nämlich Murphy Speedrun. Das Murphy? Ja. Das ist eher eh du Speedruns, wenn wir in Diablo übergespielt haben. Wir haben auch durchrennen und wir mussten fighten. Ja übel, Mann. Das war stressig. Aber die Gegner wegkitet. Ja. Gleicher, Murphy Speedrun. Original in Dark Souls. Ja. Speedrun. Rennt durch, alle Gegner gehen auf mich. Murphy stirbt. Sack, wenn du dich schon ganz vorne bist, man. Ich hab echt so Gas gegeben wie Sau. Trotzdem bin ich noch hinter Xander. Ja. Jetzt bin ich übel weit entfernt. Was geht bei euch? Ja, ich dachte, ich geh mal Gas. Der ist irgendwie noch ganz vorne. Aber Xander ist halt einfach so durchgesprennt in die Sau. Ja. Echt schön. Ja, ab und zu noch mal ein paar Gegner. Lüg nicht. Abgehörd. Es geht ab, boys. I'm back. Oh, oh. Glänzendes Zeug, Mann. I like. Geh mal Alter. Irgendwann ist gerade geschockt worden hier. Slice n dice, my friend. Slice n dice. Geh! Drohne? Kaffee, wir sollen scheinbar Sneaky sein. Endlich Eierkopf, geh mal an die andere Konsole da. Nimm mich nicht Eierkopf, Eierkopf. Nach der mit dem Hörnchen aus seiner Stirn. Das ist schon ein bisschen scheiße aus. Ne, warte mal, ich hab auch ein Hörnchen aus der Stirn. Sieht doch bei dir scheiße aus. Ich hätte gleich ein Warframe. Aber mein Hörnchen ist rot. Meins ist weiß, blau. Rote Rakete. Ich geh nach links. Was für ein weirder Typ hier. Oh, haben wir sie schon. Jetzt sollte man vielleicht nicht so durchspielen. Ja, ne, jetzt... Also ich hab die Erfahrung mitgemacht. Wenn du einfach durchrennst, portest du dich ganz weit hinterher. Ist ja langweilig, ey. Können wir auch gleich das Spiel speed und frame lernen. Ja, Mann, lass mal hier stylisch kämpfen, Alter. What? Oh. Hackt die Konsole, hackt die Planet. Hackt die Planet. Boah, ich kann durch die Tür schlagen. Get fuck. Ja, warte mal. Das ist Xendo. Warum schießt du überhaupt auf mich? Deine Lila, eine Energieleiste hat mich grad bewirrt. Ich bin halt einfach insane. Ich bin halt einfach insane. Das hast du falsch gelesen. Du bist Insane, Alter. Du bist das Abendessen. Lauf. Insane. Du musst auch den Stab stecken. Ja, vor allem ist es auch nicht so geil, weil dann rennen die voll rein und sterben halt, weil die dann beschossen werden. Und wenn du denen keine Waffe gibst, dann bleiben sie eher zurück. Aber wenn du denen keine Waffen gibst, dann häusert dir die ganze Zeit die Ohren voll. Ja, mein Gott. Du musst nur mit Leben. Hast du diese Schockviecher, ey. Es ist so geil, weil die geflasht sind. Hinrennen, reinstecken, fertig. Ich hab auch schon ehrlich gesagt. Keine Ahnung. Das klang jetzt wie so falsch. Aber das ist der Traum. Das ist der Traum. Wir lassen diese Behauptung einfach mal so im Raum stehen. Ja. Wär besser. Ich muss mal probieren, was meine anderen sind. Okay. Ich hab keine Ahnung, was das macht. Aber die sind tot. Ach so. Okay. Ich hab grad meine 4 aktiviert. Alter, ich hab 100% geziel, genau. Ich kann die faggots. Ja, Mann. Aber ich hab auch die meisten Kits. Aber ich hab auch die meisten Kits. Ja, Mann. Aber ich hab auch die meisten Kits. Wow. Wtf ist das angeflogen? Ja. Du Dämon. Ja, dann. Mi, 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 mi. Zählt das ja eigentlich auch noch, dass ich hier Helme kaputt schießen muss? Ja, das zählt weiter. Zählt weiter? Okay. Ja. Das ist schon mal gut. Das wäre aber ein bisschen absurd. Stimmt schon. 2 und 1 müssen wir echt ein bisschen viel. Wir haben schon einmal, ey. Denkt ihr, dass ich krass heute auf den Boden hauen kann? Ja. Random Gegner hat das jetzt Stammverein. Haha. Ist das effektiv? Ne. Also wenn ich diese scheiß Laserwand grad geclothelined hatte. Walkers incoming. Die alte müsste man abschalten können, ey. Ja. Es ist selten, dass es wichtige Infos hat, die du brauchst. Oh. Oh. Hat jemand einen Darbträger? Ja, ich. Ah. Zeit schon. Drei, vaccinations. T Exodus. Hey, MOTHERFIRKARDEE!!! ja warte schneller man die reden wir hacken hau park wie ist es das geld ich hatte eine pistole ins gesicht geschossen hat sich kommen sie das war schon nicht nur einmal ich habe siebenmal ist dass der hinweg war ich will euch auch was übrig lassen man bringe mir den datenträger ich troppe jetzt oder 40 hände schon lange nicht mehr dran wenn wir irgendwie we did i'm very happy mission komplett alter ist das für eine scheiß drohne ich glaube ich kann ja gar nicht durchschießen ich war dahinter im gegner ich habe nicht getroffen warum die kugeln bleiben wir drin hängen und wirbeln und wenn der gegner drin sind dann kriegt man kann das nicht auf die andere seite durchschießen wenn dahinter gegner ist die gleiche möpfe gerade eben fällt mir gerade auf ja noch ein paar helme mitnehmen ja wie jagt man hintern in die luft oh Gott das ist zu weit was habe ich gerade für einen fucking Kung-Fu-Move gemacht das ging ja auch wow hab ich reingehaut weil es übertrieben war der Kranich oder was das ist irgendwie irgendwie irgendwas denkst du nicht so wahr man macht immer für Karate-Kick ja ja